Musik Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, heute wieder zu einer Sendung mit Frau Prof. Dr. Ruth Lapid, der jüdischen Religionswissenschaftlerin, ein bekannter Gast in unserem Programm, ein bekannter Gast in unserem Studio. Wir haben ja schon viele, weit über 40 Gespräche miteinander geführt und wir wollen heute wieder Ihre Fragen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wieder auf Ihre Fragen eingehen. In einer der vergangenen Sendungen habe ich angefangen mit einer ganzen Reihe von kritischen Anmerkungen, dahingehend, warum sprecht ihr mit einer Jüdin, warum wird Frau Lapid nicht endlich den Messias anerkennen und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch einige Briefe bekommen, in denen mir geschrieben wurde, wie kann man die Frau, die doch so viel weiß, so streng annehmen, haben Sie sich zu heftig angenommen gefühlt? Nein, ich liebe die Diskussion. Eben, wir lieben ja beide das Kontroverse. Nein, Gott hat uns die Sprache gegeben, das bisschen Verstand. Ihr Kopf ist doch nicht nur ein Hutständer, sondern es ist auch da zum Nachdenken. Also macht es Freude. Eben, aber heute möchte ich einmal mit den vielen, vielen, die bei Weitem in der Überzahl sind, positiv mit einigen ausgewählten positiven Stimmen zu unserer Sendung beginnen. Und ein Zuschauer schickt uns eine Mail. Ich weiß nicht genau, wo die herkommt. Ich fand den Austausch mit Frau Lapid sehr herausfordernd und interessant, sagt er. Ein richtiger Kontrast zu den oft vorgefertigten Gedankenschemen, die oft in unserer christlichen Landschaft zu finden sind. Es wurde deutlich, dass die Bibel in ihrer Ursprache noch viel mehr Geheimnisse beinhaltet. Bitte bleibt im guten Sinne kontrovers und herausfordernd. Es ist erfrischend und gesund, solchen Diskurs im deutschen christlichen Fernsehen zu sehen und nicht nur im englischsprachigen christlichen TV. Das ist ja ein richtiges, schönes Lob, dass wir uns gerne anhören. So sind wir bahnbrechend, mein Lieber. Ja, wir werden dabei bleiben. Woher kommt denn der Brief? Ich habe gerade gesagt, das ist eine Mail und da ist keine Ortsangabe dabei. Bei den Mails weiß man das ja nicht. Aber hier, diese Mail, die kommt auch als Mail, aber der Absender hat seine Herkunft angegeben. Der kommt nämlich aus San Francisco. Schau an. Schau an, da wird Bibel TV gesehen. Und er schreibt, ich bin neuer Christ hier in Kalifornien und so etwas wie Bibel TV gibt es hier einfach nicht. Ich freue mich äußerst. Froh bin ich erstens, dass ich das unheimliche Glück habe, Deutsch gelernt zu haben und zweitens, dass ich heute auf Ihr Internet-Livestream aus Zufall gestolpert bin. Da ich Deutsch verstehe, kann ich Ihre ausgezeichneten Sendung völlig genießen. Besonders mag ich die Sendung mit Frau Dr. Lapid. Sie sind lehrreich und intellektuell unterhaltsam. Ich freue mich sehr auf Bibel TV. Ein Zuschauer aus Kalifornien. Auf nach Kalifornien. Wir wären die Zweiten. Herr Schwarzenegger ist ja auch deutsch. Auch deutsch. Ja, aber es gibt viele, viele Deutsche in Kalifornien, aber wir wollen unsere Sendung weiterhin im Studio von Bibel TV in Hamburg machen. Aber vielleicht fahren wir irgendwann nochmal zusammen nach Kalifornien. Ein weiterer aus, von einer Zuschauerin aus Belp, das ist in der Schweiz. Seit ich Bibel TV kennengelernt habe, schätze ich vor allem das Gespräch mit Frau Ruth Lapid. Gott sei Dank lassen Sie eine Jüdin zu Wort kommen, die uns das jüdische Denken und die jüdische Kultur etwas näher bringen. Dadurch werde ich angerichtet, neue Gedanken zu bewegen und zusammen mit einigen Reisen nach Israel lerne ich mehr und mehr die Aussagen der Bibel besser zu verstehen. Ist doch auch sehr schön. Und hier die Lobesbriefe gehen weiter. Liebe hochverehrte Frau Lapid, eine Zuschauerin aus Königsbachstein 75203. Königsbachstein. Liebe verehrte, hochverehrte Frau Lapid. Lapid schreibt sie gleich Edelstein. Ich glaube, wir haben mal in unserer Sendung erklärt. Das stimmt nicht ganz. Sie meint Lateinisch Lapidus wäre Edelstein. Was heißt denn Lapid? Hebräisch heißt das Fackel. Fackel, ja stimmt. Fackel des Glaubens am Sinai. Ja genau. Sie schreibt Edelstein, aber Fackel ist natürlich noch mehr. Eine leuchtende Fackel. Etwas Wertvolles nach eigener Aussage. Ich bewundere ihr Wissen und die Ruhe und Gelassenheit, mit der sie Kritik wegstecken. Das bezog sich auf eine der Sendungen, in der ich die vielen kritischen Stimmen auch zitiert hatte. Das kann nur jemand, der den Geist Gottes hat und der die Wahrheit und den Ursprung kennt. Geben Sie nicht auf, die Fehler und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Schön. Und noch eine Mail, die auch keinen Ursprung hat, das heißt schon einen Ursprung hat, aber steht nicht da, woher sie kommt. Bitte macht Zeit weiter so. Ich finde in eurem Programm immer wieder informative und anrebende Sendungen. Der Talk zwischen Henning Gröhl und Ruth Lapid ist mir am Anfang ganz schön auf die Nerven gegangen. Aber mittlerweile genieße ich es. Bitte machen Sie weiter so, Frau Lapid. Das kann man uns gar nicht vorstellen, dass jemand was auf die Nerven gegangen ist. Doch kann man schon vorstellen. Aber also wir machen weiter und wir fangen an wieder mit einer ganzen Reihe von Fragen. Ich steige gleich ein ins Alte Testament. Ein Ehepaar hat uns geschrieben. Auch wieder Blue Wind CH aus der Schweiz. Wir möchten dem Team herzlich gratulieren, heißt er. Und wir haben zwei Fragen. Der Prophet Jesaja spricht in seinen Prophezeiungen über die Leiden des Gottesknechtes. Wen meint er? Den Gottesknecht? Der Gottesknecht in Jesaja 50 bis 53, 54 hat mindestens drei verschiedene Gestalten, mindestens drei verschiedene uns Menschen verständliche und zugängliche Erklärungen. Einmal wird er dargestellt als Knecht Gottes, der sich hingibt für alle anderen. Das wissen Sie als Christ doch sehr gut. Ein anderes Mal wird er dargestellt als Mann, der Umkehr übt und der uns vorgestellt wird als Großvater, der Kinder und Kindeskinder sieht, ja, nachdem er Umkehr getan hat. Wieder ein anderes Mal wird er uns dargestellt als Gerechter, der vor sich hin lebt. Also der Text gibt das alles her und es soll so sein. Wenn es ein Bericht wäre wie in der Zeitung, dass wir alles wissen, dann wäre die Möglichkeit, es zu diskutieren, es zu hinterfragen, ja nicht gegeben. Ich habe sogar ein kleines Büchlein darüber geschrieben. Die fünf Deutungen der Perikope des Gottesknechtes. Wobei Evet, der Knecht, etwas sehr Vornehmes sein kann. Der Abraham ist der Knecht Gottes. Evet aber auch gleichzeitig der Diener, der Knecht am Hof, am Bauernhof ist. Die hebräische Brache ist ja sehr knapp. Daher ist es auch oft rätselhaft. Wer ist Evet? Und es ist eine ganz vornehme Sache, wenn Abraham oder Jesus oder die anderen großen Gerechten sich als Knecht Gottes verstehen. Also all das kommt hier hinein. Das ist schon bei Jesaja angelegt und es geht davon ran. Dann eine zweite Frage von dem Ehepaar aus der Schweiz, aus dem Kanton Luzern. Hier unten steht es ja. Worin bestehen die Sünde gegen den Heiligen Geist? Was sagen Sie dazu? Das ist schwer, ne? Nein, das ist nicht schwer. Der Heilige Geist als die Person gibt es im alten Hebräischen der Bibel überhaupt nicht. Andererseits will ich erinnern, dass von der ersten Seite der Bibel Ruachakodisch erscheint. Das heißt, der Geist Gottes, die Heiligkeit Gottes. Und diese Heiligkeit Gottes ist eine Emanation, so wie die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, das Erbarmen Gottes, das alles kommt von Gott. Auch der Geist Gottes. Und wir lesen es bei Ezekiel. Und der Geist Gottes ruht auf Ezekiel. Ich wünsche es Ihnen, dass eines Tages... Auch in der Schöpfungsgeschichte, ja klar. Natürlich, der Geist Gottes ruht auf diese oder jene Person. Das ist etwas Seltenes, aber etwas Verständliches. Der Segen Gottes mit dem und dem, den und den Gaben. Das ist der Geist Gottes. Aber der Geist Gottes als unabhängige Person gibt es im alten Testament nicht. Ja, aber worin besteht nun die Sünde? Hier ist ja vom Heiligen Geist, also auch vom Neuen Testament. Worum besteht die Sünde gegen den Heiligen Geist? Gegen den Heiligen Geist gibt es keine Sünde. Gegen die Bibel gibt es eine ganze Latte von Sünden und gegen Gott erst recht. Die sind ja aufgezählt. Indem wir gegeneinander schlecht sind, das ist eine Sünde gegen Gott. Man kann nicht miteinander schlecht umgehen und sagen, lieber Gott, zu dir bin ich gut, aber zu den Menschen pfeife ich drauf. Eine andere Frage. Eine Frage an Frau Lapid. Das ist ein Zuschauer aus dem Süden der Republik vom Bodensee. Sie sagten in einer ihrer Sendungen über das Opfern, dass das von Gott nicht angeordnet wurde. Die Menschen wollten es aber so. Nun sind aber in Moses 3 jede Menge Anordnungen über das Opfern vorgesehen. Ich habe es mir nochmal angelesen. Das ist richtig. Da steht ja unheimlich viel, wie man Opfern soll. Das ist doch richtig. Bitte um kurze Aufklärung. Ja, ob das kurze sinnvoll ist, weiß ich nicht. Bitte um Aufklärung. Ich habe gesagt, dass bei dem Uranfang des Opferns, nämlich bei Kain und Abel, die uns vorgestellt werden als erwachsene Männer, sie haben keine Arbeitslosigkeit, sie haben keine Sorgen, sie sind versorgt und sie fangen an plötzlich Altäre zu bauen und von ihren Produkten zu opfern. Gott hat kein Wort gesagt. Also lieber Kain, also lieber Abel, fangt mal an zu opfern, es geht euch gut. Moment, ich komme drauf. Ich habe gehört und ich komme drauf, was Moses sagt. Ich will damit sagen, der Beginn ist, dass die Menschen ein Bedürfnis haben zu opfern. Und zwar haben sie das von den Nachbarvölkern, von den Kulten, von den Moloch, der sogar Menschen geopfert verlangte, der Moloch-Götze. Oder die Aserien und die Astarten, die weiblichen Gottheiten, die obszöne Veranstaltungen verlangten. Überall wurde geopfert. Menschen hat bei Abraham Schluss gewesen. Abraham macht Schluss, auf Gottes Geheiß. Das ist die Isaac-Geschichte. Aber die Tieropfer gehen weiter bis zur Zerstörung des Tempels. Was geschieht jetzt also bei Moses? Moses grenzt die Opfersehnsucht der Menschen ein, indem er sagt, nur zu bestimmten Festlichkeiten, nur von bestimmten Organen, also Männer, die ausgebildet sind. Die bestimmten Messer haben, scharfe Messer, dass das Tier nicht allzu leidet. Nur im Tempel zu Jerusalem, nicht auf jedem Wald und auf jeder Wiese. Manchmal denke ich an diese Geschichten, wenn ich durch das Land, durch Deutschland fahre und da steht angeschrieben, heute eigene Schlachtung. Und da zuge ich zusammen und frage mich, wer wird jetzt eigentlich geschlachtet heute noch in unserer Zeit? Oder eigene Schlachtbrühe. Was soll denn das heißen? Die Schlachtsuppe. Bis auf den heutigen Tag. Hier ist eine ganz deutliche Eingrenzung. Nur bestimmte Tage und vor allem nur bestimmte Tiere. Ganz wenige Tiere sind zum Schlachten. Das ist der Sinn von Moses 3. Ja, und bestimmte Anliegen. Also Gott dringend um etwas bitten. Also ist er kinderlos oder dringend das große Anliegen. Und umgekehrt bei Samuel und bei Samuels Geburt, Hannah und andere, viele andere Fälle wird uns geschildert. Der Dank nach erfüllten Bitten wird auch geopfert, aber nur zu bestimmten Zeiten, bestimmte Tiere, durch bestimmte Personen. Und das ist das, was Moses sagt. Nicht auf Wald und Wiese. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, am Anfang haben Sie gesagt, dass Opfern vor allen Dingen ein menschliches Bedürfnis ist. Ja, ausdrücklich. Und das mit Gott letztendlich gar nichts zu tun hat. Gott will nicht, dass Opfer gebracht werden. Mit Gott hat das ja zu tun. Gott ist der Adressat. Die Menschen flehen bei Gott an. Aber Gott hat den Ausdruck gegeben, mich bedarf es. Bitte opfert mal drauf los. Aber es steht hier am Anfang der Bibel, da steht hier kein und Abel. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ist doch die Handelnde Person Gott. Woher wissen Sie, wie Gott es gefällt oder nicht? Haben Sie ein extra Telefon, ein Handy zu Gott oder hatten die es? Haben Sie es? Nein, das betone ich ja. Das ist die Ansicht der Menschen, die dort herumstanden. Der krumme Rauch, ja, das ist das Schlechte. Der gerade Rauch ist das Schöne. Sagten die Menschen, entschuldigen Sie, das ist so, wenn jemand, sagen wir mal, von der Kirche austritt, was doch nicht gewollt ist oder katholisch erst recht, wenn er sich laisieren ließ früher, austritt aus seinen Worten. Und er heiratet und bekommt ein unnormales Kind. Da haben doch die Leute in der Nachbarschaft gesagt, siehst es, siehst du, das ist die Strafe. Das ist die Aussage der Menschen, die da sagen, ah, nur das ist das, das kommt davon. Aber trotzdem kann man sagen, Gott hat nicht gesagt, das gefällt mir nicht, sondern die Menschen ringsherum haben es gesagt. Opfern ist also ein sehr menschliches Bedürfnis, ein Bedürfnis in Beziehung vom Mensch zu Gott, aber nicht von Gott zum Menschen. Ja, natürlich. Sowohl in der Bitte um etwas, dringend in der Bitte ein Flehen, wie umgekehrt Dank für das Ereignis. Aber Opfer ist nicht sinnlos? Nein, vor allem für die Psyche des Menschen. Für die Psyche desjenigen, der es bringt. Ich hoffe doch, dass Gott dadurch näher kommt. Wobei wir jetzt auf ein anderes Opfer kommen müssten, eigentlich mit dem Neuen Testament, nämlich dem Opfertod Jesu, der ja was ganz anderes ist. Das ist was ganz anderes, das ist ein Martyrium. Und es ist sehr fein und zart, die Grenze zu beobachten zwischen Opfer und Martyrium. Sehr wichtig. Das müssen wir andermals separat besprechen. Jesus von Nazareth ist ein Märtyrer. Schließlich hat er gesagt, niemand, ich zitiere jetzt wörtlich, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig dahin. Kennen Sie dieses Wort? Ja. Ja, das ist also ein Märtyrer. Das ist etwas ganz anderes. Ja, ich habe hier gerade reingelesen, noch in einem Brief, Opfern, da wird auch wieder auf Mose 3 verwiesen. Also es gibt eine Menge Briefe zu dieser Opfer-Drematik. Haben wir ja jetzt besprochen. Haben wir besprochen. Und dies ist schon ein ganz interessantes Kapitel, weil Opfer gehört zum religiösen Kult dazu, meines Erachtens. In welcher Form auch immer. Wir opfern ja heute auch noch. Es ist das Bedürfnis der Menschen und das ist eine erzieherische Frage. Ist aber auch kein schlechtes Bedürfnis. Es ist ein schlechtes Bedürfnis. Ist kein schlechtes Bedürfnis. Doch, ja, doch. Denn du kannst zu Gott finden, an Gott Vertrauen haben, wie wir es in derselben Bibel auch lernen. Nämlich zum Beispiel bei der Manna in der Wüste. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, ohne Opfer. Wo es heißt, Gott gibt euch jeden Tag, es gab ja nichts in der Wüste. Außer Wachteln, das sind so kleine Vögelchen und Manna. Und das 40 Jahre lang. Aber niemand des Hungers oder Durstes ist gestorben in der Wüste. Achtung. Und nun heißt es, dass Gott Vertrauen lernen. Dass Gott am Freitag doppelt Pertion Manna gibt. Warum? Weil es am Sabbat keine gibt. Man muss nicht hinausgehen in die Wüste und das Manna sammeln. Das heißt, lerne das Gottvertrauen. Es gibt dafür am Sonntag wieder. Nun gab es Leute, die hatten nicht genug Gottvertrauen und gehen am Sabbat. Achan, heißt einer von ihnen in der Bibel erzählt. Die gehen am Sabbat ebenfalls hinaus in die wilde Wüste und kamen um. Denn Mann kann in der Wüste nicht allein herumgehen. Das ist ja aus der Bibel und aus dem heutigen Alltag noch bekannt. Sie kamen um in der schrecklichen Wüste. Hier lernst du Gott vertrauen. Das ist zum Beispiel eine andere Facette. André, aber ich will es nochmal sagen. Du musst nicht durch Opfer Gott, ich will damit sagen, du musst nicht Gott durch Opfer nahe kommen. Aber Opfer ist doch auch eine Hinwendung des Menschen zu Gott. Nein. Eine Form von Hinwendung. Nein, ich zitiere hier mit den Propheten Samuel. Das ist einer der aller, aller Ältesten aus den Morgenrauen der Prophetie, der sagt, will denn Gott das Blut der von ihm geschaffenen Tiere? Riecht er gern das Blut der toten Tiere? Nein, die Menschen brauchen es. Und ich habe erklärt, warum. Das Leben war nicht wie heute in Deutschland. Es war hart, es gab schreckliche Krankheiten und Feinde und wilde Tiere. Nicht im Zoo, vor ihrer Haustür und Löcher und Dunkelheit und Hass und Krieg. Ja, das Leben war sehr schwer. Und die Leute suchten eine Möglichkeit, sich zu erleichtern. Samuel sagt, Gott vertrauen, nicht hinrichten. Gut. Wir werden auf das Thema Opfer, glaube ich, im Laufe unserer nächsten Gespräche sicher immer nochmal wieder kommen, weil es schon ein ganz, ganz interessantes Thema ist und ganz wichtiges Thema. Ich will Ihnen eins dazu noch sagen. Es gibt, wenn wir nachdenken, und das Original ist ja hebräisch, dieser ganzen herrlichen Bibel, auch des Neuen Testaments, das Originalgeschehen, Jesus sprach hebräisch. Korban heißt Opfer, ja? Und auch Paulus verwendet manchmal, wenn er eilig ist, das, wo er unterwegs schnell, schnell schreibt, wie ich ihn verstehe. Korban, hebräische Worte verwendet er. Und dieses Korban kommt von dem hebräischen Stamm, Kufres, Betkarov. Die Menschen suchen eine Darnähungsmöglichkeit, Darnahung zu Gott. Und sie probieren es auf ganz dumme Art mit dem Tieropfer. Der Tieropfer, aber es gibt auch andere Opfer. Und gut, ich komme auf ein ganz anderes Thema. Wir werden auf das Opferthema sicher in künftigen Sendungen noch kommen. Unbedingt. Es gibt in der Bibel, schreibt ein Zuschauer aus Brackenheim, 74336 Brackenheim, es gibt in der Bibel eine Zeitrechnung anhand der Altersangabe der Menschen. Nach dieser Zeitrechnung wäre die Menschheit nur wenige tausend Jahre alt. Wie ist diese Zeitrechnung zu verstehen? Schwer, oder? Nein, das ist gar nicht schwer. Die Urmenschheit, also wenn man die Bibel liebt und sich hinein kniet, geistig. Die Urmenschheit, also Methusel, Methuselach, Yoreth, Hanoch und so weiter, die sie alle kennen, die da aufgelistet sind, die werden 1200 Jahre sehr alt. Nun dürfen wir uns fragen, Sie und ich und alle anderen auch, was ist denn ein Jahr? Das wissen wir nicht. Und es ist 100% des gläubigen Menschen erlaubt nachzudenken, was ist ein Jahr in der Bibel? Schließlich sagt Gott selbst, was euch eine Minute ist, ist mir ein Jahr, 1000 Jahre wie ein Jahr und so. Also es ist nicht gesagt, dass wir denselben Kalender führen wie unser himmlischer Vater. Wo steht denn das? Also das ist ein Begriff, so wie die Beduinen heute sagen, ach, bleibt noch eine Zigarette lang bei mir. Das ist erlaubt zu rauchen in der Wüste. Oder mein Bruder wohnt einen Steinwurf von hier. Das sind Maßstäblichkeiten. Auch das sind Maßstäblichkeiten der Antike, nicht unsere Maßstäblichkeiten. Und wenn da steht, in der Genesisgeschichte, und Gott machte einen Nachmittagsspaziergang im Garten Eden, so dürfen wir das nicht wörtlich nehmen. Wie sah er denn aus? Was hat er denn angezogen? Das dürfen wir nicht. Das sind Wortbilder. Genauso sind manche dieser Zeitangaben Wortbilder. Das ist kein Kalender, mit dem wir an der Wand aufhängen, die Daten. Jetzt komme ich zur Sache, nachdem das so gelaufen ist, 1200 Jahre, 1100 Jahre, kommt auf einmal ein Bruch und ab Abraham werden sie 90 Jahre, 100 Jahre. Was ist denn los? Ist alles durcheinander geraten? Gerührt? Nein, das und vieles andere muss man sorgfältig nachdenken und kommt auch zu einem gewissen Verständnis. Abraham ist sesshaft geworden. Und die Ernte im Jordantal, wo er sich niederließ, die ist zweimal im Jahr fällig gewesen. Und Gottes Segen ist groß, heute noch im Jordantal, ohne Stickstoff und Mist und so weiter. Für auch im Niltal ist es ja genauso fruchtbar. Aus anderen Gründen, Schlamm. Ja, ja, Schlamm. Aber während die Generationen von Methusalem und so weiter gar nichts hatten, die hatten Wasserlöcher in der Wildernis. Also ich kann das nicht, brauche ich dazu eine halbe Stunde, um das alles zu erklären. So können wir den Unterschied in den Zahlen verstehen. Jedoch, der Mensch, der die Bibel lieb hat und die Altvorderen hatten die Bibel sehr lieb. Es gibt auch heute Bibel-Liebhaber, meine Wenigkeit und sie. Wir machen ein Programm rund um die Bibel. Ja, also man sucht und sucht zu verstehen. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen werden. Wir werden nicht alles verstehen. Aber je mehr wir uns damit beschäftigen, desto näher kommen für manche Frage. Und in diesem Sinne sage ich Ihnen, dass die Zahl an die 6.000, von der immer gesprochen wird, dass wir sie heute nach dem hebräischen Kalender zählen, daherkommt, dass man alles zusammen addiert. Von Adam bis zu all diesen Personen addiert, addiert, addiert und da kommt man zum Schluss zu 6.000. Aber damit ist nicht gesagt, dass damit alles getan ist, nach unserem Kalender. Denn auch wir haben doch furchtbar zerstrittene Kalender. Wieso ist denn das Oktoberfest im September und die Oktoberrevolution im November von den Russen und viele anderen Kalender, die die stimmen. Und das sind marginale Verschiebungen im Vergleich zu großen. Gregorianisch und Julianisch und so weiter. Tausend Kalender gibt es im Abendsland und eines stimmt nicht mit dem anderen. Es ist eine Krücke, damit man sagen kann, davon reden wir. Hier kommt eine Frage, die passt genau dazu von einer Zuschauerin. Wann entstand aus jüdischer Sicht die Schöpfung? Da haben wir die Antwort. Da haben wir die Antwort. Ja, nach diesem, was wir eben gesagt haben, dem Alter der Bibel wären es 6.000 Jahre. Aber ein Jahr von unseren Zahlen ist doch nicht gleich ein Jahr im Weltenraum. Eben. Die 1.000 Jahre Gottes haben wir doch eben erwähnt. Und wenn wir das herrliche Weltall sehen, dann ist es ganz bestimmt nicht nach unserer kleinen Entzählung von 6.000 Jahren. Gut. Wir haben mal eine Sendung gemacht über diesen großen König David. Und darauf bezieht sich das Schreiben einer Zuschauerin aus Bad Emstal-Sand. Und zwar schreibt sie, mein Mann und ich hörten vor einigen Tagen in Taizé zum Tod des Kindes von David und Betzeba folgende Auslegung. Wir wissen ja, David und Betzeba hatten ein gemeinsames Kind, obwohl sie nicht verheiratet waren und dieses Kind ist dann gestorben. Eine sehr komplizierte Geschichte. Eine sehr komplizierte Geschichte. Die haben wir ja sehr kompliziert. Das ist nicht alles. Wir haben ja versucht, sie ein bisschen auseinander zu dividieren. Die Bibel erlaubt es. Nach dem Gesetz hätte David als Ehebrecher, das war die Auslegung, hätte David als Ehebrecher sterben müssen. Da er aber den von Gott verheißenen Samen in sich trug, durfte er überleben und das Kind musste sterben. Das ist nicht wahr. Erstens einmal möchte ich um Himmels Willen ausdrücklich sagen, das Kind musste nicht sterben. Das Kind ist unschuldig und in Gottes Namen ist das Kind in Gottes Namen unschuldig. Es kann nichts dafür, was seine Eltern, was David getan haben, das ist ein anderes Thema. Und das ist eine schreckliche Gefahr, die die Menschen immer wieder hineinbringen. Und David sagt es selber auch. Das Kind, wie ich vorhin sagte, was die Menschen sagen, das kommt davon, siehst du es, siehst du. Das Kind weiß von nichts und braucht nicht wissen, es war krank, es war elend, es war debil, möglicherweise, wir wissen es nicht. Aber es kann bestimmt nichts dafür und wird nicht bestraft für das, was seine Eltern getan haben oder nicht getan haben. Dann mit Batsheva und mit David ist die Sache sehr kompliziert. Und schließlich wurde der Mann gerufen, der Uriata Hittiter, wurde extra von der Front herbeigerufen und hätte mit seiner Frau wohnen und schlafen dürfen und können, war eingeladen von David und wollte nicht. Die Geschichte ist sehr kompliziert, also da wollen wir jetzt nicht einsteigen. Also ist diese Auslegung... Das Kind, das ist mir sehr wichtig, weil man oft solche Kindleiden, die sterben wegen der angeblichen Schuld ihrer Eltern. Nein, das stimmt nicht. Du sollst nichts sagen wegen der Sünde der Eltern. Du hast eine neue Chance, du Neugeborenes. Es dreht sich immer noch so ein bisschen um Opfer und Blut. Und auch die nächste Frage von einem Zuschauer. Interessant fand ich vor kurzem Ihre Einstellung zum Blut. Fragen Sie doch bitte, wie Frau Lapid zu Bluttransfusionen steht. Es gibt ja... Die Bluttransfusionen, die Bluttransfusionen heute, es ist ja relativ neu, dass es ja möglich ist. Nämlich, die ist gar nicht einfach. Man muss das Blut erst reinigen, damit man Krankheiten von anderen, vom Stifter nicht mit übertragt. Das ist eine sehr komplizierte Sache an und für sich. Wenn das alles geschieht und möglich ist, um der Gesundheit willen, dass keine HIV und andere Möglichkeiten drin stecken bleiben in dem zu transferierenden Blut, dann ist es um der Gesundheit des Empfängers willen. Und dann ist es erlaubt. Denn alles, was um der Gesundheit willen, ist förderlich und ist erlaubt. Aber es muss um der Gesundheit willen sein. Nicht um der Schönheit willen oder dergleichen Sachen. Ja, dann ist es erlaubt. Auch nicht um Leistungsförderung wie bei dem Doping, Blutdoping und so weiter. Davon reden wir gar nicht. Nein, das ist völlig klar. Das kann auch nicht erlaubt sein. Nein, aber es gibt auch die Möglichkeit, um zu schönen, damit du schöner bist, eine schönere Haut hast zum Beispiel oder so. Nein, nein, nein. Aber um der Gesundheit willen und wenn geprüft ist, dass es wirklich gesundheitsfördernd ist. Jetzt noch einmal eine Frage zur Beschneidung. Frau Lapid meinte, die Beschneidung schadet nicht. Christen werden nicht beschnitten und es schadet diesen Männern auch nicht. Im Christentum spielt die Unversehrtheit eine große Rolle. Deshalb eben das Nicht-Beschneiden. Und es kommt dann weiter der Satz, die Christen müssen auch keine Tiere grausam schächten, um Gott gefällig zu sein. Das bräuchte ich ein bisschen länger Zeit. Das sind zwei verschiedene Punkte. Völlig verschieden. Erstens, dieser selbe Christ isst ja bekanntlich Fleisch, wie ich annehme. Das ist eine starke Versehrung der Tiere, die er isst. Und seine Gatte, ich weiß es nicht, ich hinterfrage bescheiden. Und seine Frau hat möglicherweise Pelzmäntel, die auch von dem versehrten armen Viech hergestellt wurden. Oder Schuhe. Dann müssten sie ohne Tier heute in Schuhen gehen, aus Stoff. Stoffschuhe. In der jüdischen Tradition geht man zum Beispiel am Jom Kippur, am Versöhnungstag, in die Synagoge, schon seit Jahrtausenden, nicht seit heute, weil es modern ist, nicht in Lederschuhen, weil da ein Tier wirklich sein Leben gelassen hat, so oder so, um Lederschuhe herzustellen, sondern in Stoffschuhe, Turnschuhe. Also, der ging aus von der Beschneidung. Das ist eine ganze lange Latte. Wir sprechen davon, dass sie wirklich nicht schädlich ist. Im Gegenteil, sie ist gesundheitsfördernd. Und ich will nicht Namen nennen, es ist bekannt, ganze honorige Familien lassen ihre Buben beschneiden, weil es gesundheitsfördernd ist, gegen Krebs und allem Möglichen. Keine Gefahr, das sowieso. Aber es hat einen Sinn, es ist eine Nachdenklichkeit, keine Gefahr ist da. Ja, aber die Nachdenklichkeit ist da. Die Beschneidung dient als Erinnerung. Man kann ja dein Herz nicht beschneiden und deinen bösen Willen nicht beschneiden. Nicht alles zu tun, was möglich ist und nicht alles zu wollen, was machbar ist. Und da wird dieser kleine Schnitt gemacht, der noch nie jemanden geschädigt hat. Aber das gibt Anlass zu großem Nachdenken. Musst du alles tun, was möglich ist? Das ist auch der Sinn der Gebetsriemen, die dieses Band beim Mann am Kopf haben, am Arm und an der Hand. Das Denken, das kommt zuerst. Das unbedingte Wollen im Herzen. Und wenn es dann nicht aufpasst, dann kommt der Griff mit der Hand. Also das ist eine Hinleitung, eine Nachdenklichkeit für ein besseres Miteinander. Wir Menschen. Und noch ein Satz zum Schächten von Tieren? Ja, das ist natürlich auch ein klarer, deswegen brauche ich eine extra Sendung dazu. Wenn du ein Tier fragst, machen sie doch mal eine Umfrage, was den Tieren lieber wäre. Liebes Tier, möchtest du lieber geschlachtet werden oder möchtest du lieber angeschossen werden und im Wald gejagt werden? Was wäre dir denn lieber? Was würde das Tier antworten? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Weder noch. Also das ist doch die einfache Antwort. Esst kein Tier. Nur wenn der Fisch, der ist kein, und nicht unser Nacherverwandter, der ist kein Warmblüter, der ist ein Kaltblüter, der ist weniger verwandt mit uns und nicht so Afraband ähnlich. Nur die Antwort wäre, Tier, Fisch essen, was sein muss wegen der Proteine. Aber es gibt auch da Möglichkeiten und Auswegen. Aber wenn es richtig gemacht wird, nicht irgendwelche fremde, billige Kräfte, die angeblich mit Luft gewähren, das Tier in die Halsader schießen und nie treffen. Da stehen ja keine Spezialisten, die Afghanistan nur hinter sich haben. Ja, aber es muss doch einen Sinn haben, das Schächten, der Blutschnitt in die Halsschlagader. Halsschlagader. Weil, das wissen Sie doch, dass wenn Sie diese Halsschlagader wirklich fachmännisch treffen, dann ist es bis Sekunden das Gehirn, wo die Schmerzzentrale des Menschen sitzt, abgeschnitten, tot, ja, Gehirn funktioniert nicht mehr und das Tier leidet am wenigsten. Weniger wie im Wald, wo es gejagt wird, ja, wo es getrieben wird und furchtbare Ängste ausstellt und auch verletzt wird und dann noch leidet. Also insofern ist dieser Schnitt, wenn Sie sich erinnern, Herr Lafontaine in seiner einen, in seiner alten Existenzen, seiner ganz alten, wurde doch einmal angeschossen von einer Frau bei einem Vortrag und damals war zufällig ein Arzt da, weil der Herr Rau, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zufällig da war, zufällig, der sollte getroffen werden. Die Absicht dieser verrückten Frau war, ihn in der Halsschlagader zu treffen. Denn da ist der Tod am schnellsten, genau wie beim Schächten. Ja, gut, eine ganz andere Frage. Aber das war längst nicht alles zum Koscher-Essen. Ich weiß, ich weiß, aber zum Koscher-Essen haben wir ja auch schon öfter mal behandelt. Scheinbar nicht genug. Eine Frage von einer Zuschauerin aus Dittelbrunn, 97456 Dittelbrunn. Richard, schöne Frage. Könnten Sie Frau Lapid fragen, was die Lilie, die Blume, die Lilie im Judentum für ein Symbol ist? Die Liebe natürlich. Die Liebe? Ja, ja, natürlich. Und zwar kommt das ganz wunderbar. Ich habe das Hohelied Salomos neu übersetzt. Und zwar hat Salomo, Salomo wird uns tradiert in der Bibel, drei wunderschöne Bücher verfasst. Das eine ist der junge, hormonisch trotzende junge Mann hat verfasst, das Hohelied, Shira Shirim. Das zweite Buch ist die Sprüche, der gestandene Mann, der Herrscher, der König, der alles in der Hand hat. Und das dritte ist die Kohelet, die Weisheit, der ein bisschen mürbisch, ein bisschen müde, ein bisschen distant. Also alle drei haben ihren Sinn und alle drei passieren jedem Mann. Auch ihnen wird es passieren. Und da jetzt in dem Hohelied habe ich drei oder mehr Stellen gefunden in der Begeisterung. Du hast einen Mund wie, und dann kommt jedes Mal eine andere Blume, wie eine Lilie, wie eine Narzisse, wie eine Nelke. Und man weiß nicht, was hat er dann nun endlich geküsst? Und da habe ich mich gefragt und habe die Texte verglichen. Es gibt kabbalistische Antworten. Die Lilie zum Beispiel gilt als tiefe Blume. Sie ist tiefer wie die oberflächliche Narzisse oder so. Das ist kabbalistisch. Die Tiefe des Glaubens, die Tiefe der Sehnsucht zu Gott, das ist die Tiefe. Jetzt müssen Sie noch kurz erzählen, was kabbalistisch ist. Gleich komme ich drauf. Ja. Aber meine Konklusion bei meiner Übersetzung, und es hat großen Spaß gemacht, dieses Buch zu übersetzen und kommentieren, das Lieder, Lieder. Nämlich, ich frage Sie, wie Sie noch jünger waren als heute, wenn Sie eine Freundin oder ein Mädchen geküsst haben. Ich küsse dich auf deinen Mund. Und das kommt im Hohelied vor. Ich küsse dich auf deinen Narzissenmund, auf deinen Lilienmund, auf deinen Rosenmund und auf deinen roten Mund. Auf welchen Mund küsst er denn? Auf den Rosenmund natürlich. Ist doch logisch. Haben Sie schon mal jemanden auf den Narzissenmund, auf den gelben Mund geküsst? Nein, nein. Also, das ist die Blume. Die Lilie hat wieder tiefen Implikationen. Zum Küssen ist es die Rose. Und jetzt kommt, was ist kabbalistisch? Kabbalist, um Gottes Willen, nicht Tarot oder dergleichen. Wie heißt das heute, das moderne Zeugs? Ja, wollen wir gar nicht erwähnen. Ja. 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 Na, helfen Sie mir einmal. Astrologie, oder? Nein, die, was alle suchen, die, na gut, das ist ein Zeichen, jetzt fällt mir gar nicht einmal ein, was man nicht suchen soll. Also, das Gesuchte, nein, das ist es nicht, sondern der Mensch seit Jahrhunderten und Jahrtausenden sucht die Nähe zu Gott, zu diesem wunderbaren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der diese herrlichen, ich habe vorhin gesagt, Emanationen, Strafe, Vergebung, Sünde, Erbarmen, Messianität, Auferstehung, der all das gibt, die Sehnsucht, diesem Gott noch näher zu kommen. Davon kommen die herrlichen Sabbat-Lieder. Das ist die Kabbalah. Gott näher kommen zu wollen, das ist nicht Religion, du musst das nicht können. Aber wenn du Sehnsucht hast, dann gibt es Literatur. Gut, wir haben ein Schreiben von einem Zuschauer aus Hamburg und er bittet um Informationen über den Begriff Maranatha. Ja. Was ist das? Jesu komme, schreibt er selber daran. Nein, das ist ein schönes Wort. Und zwar ist das Aramäisch und das Aramäisch und Hebräisch sind so nah, näher wie, sagen wir mal, Bayerisch und Hochdeutsch, wesentlich näher. Maranatha heißt das. Mar heißt Herr. Maranatha, Herr, komm doch. Ein Bitte, was die Jünger geschrieben haben, dass er wiederkommen möge. Komm doch, Herr. Und man kann es aber auch lesen, weil das Hebräische ohne Punkte ist, ohne Vokalisation. Dann kann man es auch lesen, Maranatha, der Herr ist gekommen. Ist gekommen, genau. Dasselbe kann man genauso lesen. Christen würden sagen, der Herr ist gekommen. Das ist beides richtig. Er ist gekommen, aber er ist nicht da geblieben. Auch für Christen nicht. Er hat gesagt, nicht Parousie. Parousie wird immer verstanden, christlich gesehen, als Wiederkunft. Stimmt aber nicht. Das heißt Ankunft. Ankunft. Und Jesus selbst sagt, was startet ihr in den Himmel, ihr Männer von Galiläa? Ihr wisst ja nicht, wie ich komme. Sicher kann Frau Lapid, eine Frage einer Zuschauerin aus Wolfhagen, sicher kann Frau Lapid auch die Frage beantworten, die in unserem Bibelkreis aufgetaucht ist. Seit wann gibt es die Bibel in der heutigen Zusammenstellung der Berichte und Briefe, zum Beispiel Apostel Paulus, seit wann gibt es die Überschriften zu den einzelnen Abständen? Erstmal kommen wir zur Bibel in den Zusammenhang, der Überschriften kommen wir dann. Also die, nein, die Überschriften will ich gleich mit. Den machen wir extra. Nein, das muss ich sagen, das ist für beide, Altes und Neues Testament. Es gibt keine offiziellen heiligen, gegebenen Überschriften. Das ist so wichtig, weil verschiedene Redakteure, die die Bibel, die heiligen Texte zusammengestellt haben. Haben aus ihrer Sicht die Überschrift. Ja. Da komme ich gleich mit einem Beispiel. Aber aus diesem Brief. Ein schreckliches Beispiel ist die, im Falle der Bergpredigt. Die Antithesen. Die Antithesen. Die Antithesen, nicht eine einzige Antithese ist da. Superthesen sind. Die anderen haben gesagt, ich aber sage euch, es sind keine Antithesen. Nein, es steht da, Jesus habe gesagt, ich sage euch, es steht in den Zehn Gebote, ihr sollt nicht morden. Ja. Und ich sage euch, ihr sollt nicht einmal Ruf morden. Ja. Das ist das heutige Mobbing. Das ist eine Verstärkung. Das heute Mobbing ist. Und keine Antithese. Aber seit wann gibt es die Bibel in der heutigen Zusammenstellung? Das kann ich Ihnen antworten. Also das sogenannte Alte Testament gibt es seit schriftlich. Mündlich gibt es seit Babylonien schon. Durch eine herrliche Mnemotechnik. Also man kann sich jedes Wort merken, indem man jedes Wort hier zum Beispiel kontrolliere ich die Zeilen hier. Kusch. Das heißt 20, 6 und 3. Die drei Buchstaben haben einen Wert zusammen von 3, 100, 26. Wenn es also nicht stimmt, stopp. Es kann nicht weiterverwendet werden. Falsch. Es wird alles kontrolliert nach dem Zahlenwert. Die waren auch gescheite Mathematiker. Von Anfang an, seit Babylonien. 500 vor, Herr Jesus. Aber aufgeschrieben wurde es, was Sie nennen, zu Yavne. Yavne heißt das. Ein Städtchen in der Nähe von Tel Aviv heute, wo bei der schrecklichen Belagerung durch die Römer, Rabbi Johannan ben Sakai, einer der großen Rabbinen, dafür war, um des Friedens willen. Das ist jetzt das Alte Testament. Das ist das Alte Testament. Nein. Das ist das Testament auch des Jesus. Ja, aber der Kanon, der gesamten Bibel. Zweites, drittes Jahrhundert. Nach Christus. Ja. Es gibt ja auch Evangelien, die nicht aufgenommen worden sind. Natürlich. Oder sogenannte Evangelien. Die können Sie kaufen. Nicht nur das, es gibt eine ganze Menge. Die können Sie heute kaufen, die sind herausgegeben auch auf Deutsch. Aber sie haben nicht diese Qualität. Und die Apokryphen sind ja auch nur Anhänger. Ich würde sie nicht vernachlässigen. Denn es waren ja Menschen, die das sortiert haben, was reinkommt und was nicht reinkommt. Also ich würde nicht einmal diese Schriften vernachlässigen. Es stehen aber Sachen drin, ich werde Ihnen sagen, warum die den heutigen Leser und auch dem damaligen Leser nicht so gepasst haben. Soll ich Ihnen ein Beispiel geben? Also das Evangelium nach Philippus ist nicht drin. Ist aber auch ein sehr ernsthaftes, schönes Buch. Nicht drin im Evangelium. Warum? Da gibt es eine Stelle drin, das ist nicht von mir, es ist echt. Da steht, dass die Jünger zu Jesus gesagt hätten, warum liebst du Maria so sehr mehr wie uns und küsst sie öfters auf den Mund. Das war Maria Martalena, ne? Du sagst es. Du sagst es. Ja, gut. Wir haben, aus diesem Brief geht noch hervor, was ist mit den Überschriften. Die Überschriften, sagen Sie, sind überhaupt nicht Bestandteil der Heiligen Schrift. Die Überschriften, die Überschriften sind später irgendwann mal reingeführt. Sie haben, Sie und viele andere Leute haben eine Tendenz zum Verallgemeinern und das muss man wegerziehen. Die Juden, die Deutschen waren alle in Auschwitz. Die Überschriften. Die Deutschen waren alle in Auschwitz. Ich sage nie im Leben so etwas. Also nicht sagen die Pharisäer, die Juden. Das darf man nicht. Etliche Pharisäer möglicherweise. Etliche Deutsche. Etliche Juden. Das geht nicht anders. Das darf man nicht, das Verallgemeinern. Und die Überschriften haben etliche Redaktoren gemacht. Denn Jesus von Nazareth wurde im Jahr circa 3033 von den Römern gekreuzigt. Kreuzigten, nur in Klammern sei es gesagt, durften nur die Römer verurteilen. Zum Kreuz durfte nur der Prokurator, das war Pilatus. Aber er hat die Juden gefragt, wen wollt ihr? Das ist doch eine Legende. Das ist so wie Eichmann. Eichmann hat die Rabbiner in Budapest gefragt. Na liebe Juden, wen wollen wir denn heute nach Auschwitz schicken? So ist das. Das ist die Gestalt von Pilatus. Pilatus hat genau getan, was er gewollt hat. Genau wie das Händewaschen, eine rein jüdische, jetzt wo man wegen der Schweinepest sich waschen soll. Schweinegrippe. Ja. Schweinegrippe. Sich waschen soll, da denke ich immer an das Waschen bei den Juden, weil das von der Tora her schon ist. Waschende Hände in Unschuld, ja. Aber jetzt noch einmal, ich finde dieses Beispiel so schön, was diese Zuschauerin da gebracht hat. Manche dieser Überschriften scheinen uns nicht den Sinn der Aussagen des zugehörigen Textes zu treffen. Hat sie doch recht. Zum Beispiel, der verlorene Sohn, schreibt sie. Hat sie recht. Und das ist ja gar kein verlorener Sohn, der kommt ja wieder nach Hause. Ich habe die ganze Geschichte ausgelegt und erklärt und ein kleines Büchlein draus gemacht. Wir können einmal drüber reden. Es ist eine spannende, schöne Geschichte. Die Auslegung der Geschichte vom verlorenen Sohn in dem Jesusbuch durch den Papst Benedikt, das Jesusbuch finde ich auch hervorragend. Aus dem Lukas-Evangelium ist die Geschichte. Da sind viele noch unbekannte Geschichten. Eine weitere. Auch eine Geschichte von den bösen Samaritanern. Lukas Kapitel 9. Ja, beim Herzige Samariter die Geschichte. Eben nicht, ja. Wir kommen auf wieder ein Reizwort. Sie sagen mehrfach, Jesus war Pharisäer. Und ich finde, wir sollten erstmal den Unterschied zwischen Pharisäern und Sadduzeern, das schreibt nämlich auch eine Zuschauerin hier aus Paderborn, nein, ein Zuschauer aus Paderborn, erstmal erklären. Was sind Pharisäer? Da brauche ich auch wieder eine halbe Stunde. Ich habe einen Vortrag. Wir haben heute schon eine Stunde Sendezeit. Also es gibt in jenen Tagen, man soll nicht verallgemeinern, bitte nicht verallgemeinern. Selbst in der CDU, selbst in dem Katholizismus gibt es da nicht verschiedene Tendenzen und Richtungen. Ja, natürlich. Also dann haben wir es von Opus Dei bis zu den Nonnen und so weiter. Ja, klar. Also da gibt es auch immer wieder verschiedene Tendenzen. Immer. Nie die Pharisäer. Die Deutschen. Die Juden. Aber was ist ein Pharisäer? Man muss es doch definieren können, umschreiben können. Guck mal, gehe ich jetzt wie am deutschen Fernsehen, ich eliminiere. War Jesus etwa ein Essener? War er nicht. Was sind die Essener? Essener ist die Gruppe von ca. 500 Mann, die super fromm am Toten Meer saßen. Und den Messias Stunde für Stunde erwartet haben. Warum? Weil Gottes Erbarmen sich schon einmal gezeigt hatte in der Wüste beim Ausdruck aus Ägypten. Also wird es wieder in der Wüste passieren. Eine wundervolle, schöne Geschichte. Und wir finden Essener auch bei Jesus in der Verkündigung. Auf ganz bezaubernde Art. Andermal. Aber er war keine Essener. Er hat eklektisch mal ja, mal nicht aus ihren Lektionen gezehrt. Das macht man ja heute auch. Gut, die Essener. Dann haben wir die Pharisäer. Nein, jetzt haben wir die Sadduzeer. Sadduzeer, ja. Sadduzeer sind die Nachfahren von einem Propheten, von einem Priester namens Sadok. Und das sind insgesamt, Achtung, 40 Familien, nicht mehr. Nicht die Sadduzeer. Das waren die Leute, man darf sagen, die Kurier von Jerusalem. Denn der Tempel war ein Riesenunternehmen. Er kassierte die Spenden von den Vermögenden, verteilte sie anonym an die Bedürftigen, kassierte die Zehntabgaben, kassierte die Spenden von großen Güterbesitzern. All das auf dem Compound vom Heiligen Berg in Jerusalem, vom Moriaberg. Und all das und die Pflege der Feste, die drei Wallfahrtsfeste, heute Wallfahrt man doch wieder so gern kommt auch von daher, die Pilgerfeste, das waren die Sadduzeer. Mit denen hatte Jesus von der Zeit... Das waren bestimmte Familien, in die man hineingeboren wurde. Man konnte nicht zum Sadduzeer lernen oder sowas. Es gibt keine Geheimnisse im Juden. Sie können alles lernen. Aber man kann nicht werden. Man kann es nicht werden, das meinte ich damit. Aber es gibt keine Geheimnisse. Und was waren jetzt die Pharisäer? Moment, ich will was sagen. Mit den Sadduzeern hatte Jesus ein großes Streitgespräch. Das einzige Streitgespräch. Und zwar fragen sie, was geschieht denn, wenn ein Mann nacheinander fünf oder sechs oder vier oder fünf Frauen hat in seinem Leben und sie sterben alle? Jenseits mit welcher Frau wird er dann händchenhaltend sitzen? Und da wird er sehr wütend. Die Frage ist gar nicht so aufregend. Ich kenne Minister, die nebeneinander eine Menge Frauen haben, oder? Sie doch auch. Ich kenne es auch. Gut, jedenfalls, da wird er sehr böse und sagt, ich habe euch doch schon öfters gesagt, es geht nicht um das Körperliche bei der Auferstehung, bei der Auferweckung. Es geht um das Geistige, Seelische. Also wollen Sie, dass, wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben, ihn wiedersehen als Baby? Oder als Bräutigam? Oder als 40-jähriger, starker Mensch? Oder als 60-jähriger? Das ist das Gespräch mit den Sadduzeern. Ja, das ist das Streitgespräch. Ja, das Streitgespräch. Und jetzt gibt es die Pharisäer, die ihn immer versucht haben. Und die Pharisäer haben ihn überhaupt nicht versucht. Doch, mit denen er diskutiert hat. Nein, die Sadduzeern waren seine Leute. Die Pharisäer. Ja, die Pharisäer. Wie wird man Pharisäer? Pharisäer kann man nicht lernen, die haben es alle gelernt. Man lernt es, man lässt seine Kinder erst einen Beruf lernen, damit er selbstständig ist, das Leben lang. Wieso sind sie alle Fischer und Schreiner und Simon der Kerber? Also Pharisäer ist eine bestimmte theologische Gattung, oder? Das ist eine Lektion für heute. Erst ein Beruf und dann geh und lerne die Tora, damit du ein Lehrer, ein Professor werden kannst. Also Pharisäer sind die Bibellehrer? Auch. Ich habe doch eben gesagt, sie sind vor allem herrliche Berufsleute. Ja. Und der Josef war Pharisäer und der Jesus war Pharisäer. Ich habe doch eben eliminiert, was er nicht war. Ja. Sie waren Pharisäer und die Pharisäer bis auf den heutigen Tag diskutieren. Es gibt keinen jüdischen Papst und gibt keinen jüdischen Synedion. Eben, es gibt keine Einheitsmeinung, keine Lehrmeinung im Jüdischen. Es gibt keine Diskussion, bis die Weisen, die Superweisen sich einigen. Und das hat sich bis heute bewährt in all den Elendszeiten. Und Sie sagen jetzt, das, was Sie mit Jesus gemacht haben, waren kein aufs Glatteis führen und keine Angriffe, sondern es waren Diskussionen um den richtigen Weg. Und warum, jetzt dürfen Sie mich fragen, warum wird das uns so dargestellt? Weil die Evangelien erst niedergeschrieben wurden, längst nach der Zerstörung des Tempels. Der Tempel wurde zerstört durch die Römer im Jahr 70. Und die Evangelien wurden aufgeschrieben 70 bis 110. Und da gab es keine Sadduzer mehr. Also wurde das Bild der Gegner, irgendjemand muss noch Gegner gewesen sein, auf die Pharisäer projiziert. Und die Diskussion von jüdisch aus ist überhaupt kein Problem. Wird heute noch genauso gemacht. Ich habe es auch so gelernt. Wir werden darauf wieder etliche Briefe kriegen, weil das ja doch ein ganz schweres Kapitel ist. Nein, es ist ein fruchtbares Schönes. Ja, das ist ja richtig. Wollen Sie langweilige Leute in der Kirche? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen ja auch eine Theologie, Diskussionen. Man muss ja auch darüber reden. Lieber miteinander reden als austreten. Ein Text lebt doch erst, wenn man über ihn redet und mit ihm redet. Tue man doch. Ja, eben. Ich jetzt möchte ich allmählich zum Abschluss kommen. Und zwar etwas, was ich erst fast beiseite legen wollte. Aber ich finde es eine unheimlich interessante Frage. Von einem Zuschauer aus Hollenbach. Das muss in Bayern sein. Ich baue schon lange Weihnachtskrippen und möchte die Darstellung der Geburt Christi so detailgetreu wie möglich nachbauen. Was, wie konnte oder sollte man sich die Geburtsstätte zur damaligen Zeit vorstellen, wie könnte sie ausgesehen haben? Was, was, ein Stall? Ja. Nein, es war kein Stall. Es war eine Höhle. Eine Höhle? Jawohl. Es wurden neue Rollen gefunden. Keine Rede von Stall. Es ist eine Höhle. Oder Grotte. Kann man auch sagen. Ja. Wo schon öfter solche Flüchtlingskinder gefunden wurden. Wo ihre Eltern in Not vor den Römern dort abgegeben haben. Und die Hirten haben diese Kinder gepflegt. Welche Tiere könnten sich in der Grotte aufgehalten haben? Steht da genau in der Bibel. Ja, natürlich. Und zwar, erstens waren da, ich will alle aufzählen, es waren da für diesen Herrn, der da bauen will. Josef und Maria, bitte den Josef nicht so grießgrämig und uralt und verrunzelte Haut dort in der Ecke hinstellen. Das war der Gatte von der Maria. Ich will jetzt niemandem katholischen wehtun, aber ich lese halt die Bibel. Sie waren ja verheiratet. Also der Josef ist ein schöner, lieber, guter Mann. Ich liebe ihn sehr. Und dann ist da natürlich die Maria, die da sitzt mit dem Baby Jesus auf dem Schoß. Obwohl das gar nicht so war. Zunächst waren sie auf der Flucht und das Baby haben sie abgegeben zur Obhut, zur Schonung bei den Hirten. Aber in der Krippe will er es doch so haben. Also das ist die heilige Familie. Die Krippe, ist die Krippe auch dabei? Natürlich die Krippe. Ja, die Krippe ist dabei. Das ist das Bild, wie der Hirte es sich darstellt. In Wirklichkeit waren die Eltern auf der Flucht und haben ihr Kind abgegeben. Im Neuen Testament steht, und das Kind war in Windeln gewickelt. Und da fragt sich der Christ, ja was ist denn da besonders dann? Weil es ein Flüchtlingskind war. Da ist es ein Wunder, wenn es in Windeln gewickelt ist. Und welche Tiere waren da noch mit drin? Tiere. Wir haben erst Josef, Maria und Josef, dann haben wir die Engel, die da singen. Will ich gleich sagen, was sie singen, wichtig. Dann haben wir Schafe, Schafe, Schafe und Ziegen und alles was dazu gehört. Und kein Ochs und kein Esel steht nicht im Neuen Testament. Also ist es falsch, wenn er seine Krippe oder seine Weihnachtsgeschichte braucht? Auch Mäuse und Ratten reinstellen. Ja, mit Ochs und Esel, die gehören nicht dazu. Jetzt werden Sie fragen, warum sind die so viele Jahrhunderte drin? Weil das eine unangenehme, ich will vornehm sein, unschöne Geste gegenüber Israel war, von der Kirche. Die Kirche, die gesagt hat, ich bin das wahre Israel, ich bin das neue Israel. Weil bei Jesaja, und das ist eine internjüdische Sache, Jesaja sagt, alle Welt hat schon anerkannt, wer der Gott Israels ist, blot. Israel ist dumm wie ein Ochs und dumm wie ein Esel und hat es nicht anerkannt. Zwischen Jesaja und seinem Israel. Da kommt der Ochs und der Esel aus Jesaja. Und daher kommt er in die Krippe hinein, da hat er nichts zu tun. Hat er nichts zu suchen? Okay. Aber ich will was Wichtiges sagen, man hat mehrere neue Rollen gefunden bei den Ausgrabungen. Und da hat man gefunden, dass das schöne Lied, das Sie in Ihrer Kindheit gesungen haben, Ehre sei Gott in der Höhe. Dass die Engel singen. Das Engelslied, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohl gefallen. Das haben Sie gesungen. Aber die Rollen, die neuesten Rollen und die Psalmen und die Texte sagen was ganz anderes. Die sagen nämlich, und das ist jetzt in den christlichen Texten meistens auch schon gedruckt drin, nämlich Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Seines, ja. Was ist der Unterschied? Wenn es den Menschen ein Wohlgefallen und dann ist auch Hitler und sowieso dabei, ja? Ja. Ist es aber den Menschen seines Wohlgefallens, dann ist das eine Einladung. Seid anständig, seid gut, dann werdet ihr Gott gefallen und Segen bekommen. Liebe Frau Lapid, wir haben heute ganz lange miteinander geredet, weil das der Wunsch von vielen Zuschauern war. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank sagen für die vielen, vielen Erklärungen. Ich habe es so gern gemacht. Sie so spontan aus Ihrem Wissen, wir haben das ja nicht vorbereitet oder irgendwas. Sie haben auch nicht vorher nachgeschlagen. Das haben Sie alles parat und das finde ich ganz toll. Ganz, ganz herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren bei dieser spannenden Sendung. Herzlichen Dank.